Wunderschöne Reisfelder hier in der Nähe von Titi Batu oder genauer ist es dann in Lohyok. Diese Unterkunft heißt Kopp-Praja-Café, auch schon mit Swimmingpool, auch schaukeln. Kopp-Praja-Café, ich weiß nicht, ob sie auf YouTube sehen können, ist es wunderschön von hier aus. Ja, merken Sie bitte, wenn Sie nach Lombok kommen und hier nach Lohyok oder Titi Batu, können Sie den Namen merken. Ja, ist gerade aufgefüllt, das Wasser, Kinder sind am Pool, so frühmorgen um 9 Uhr. Ja, Reisfeldern auch schon mit Maschinen. Kommt ja, geschälter Reis. Kommt ja, rein. Kommt ja 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 rein. Was? Das ist Reis, ja? Das ist ungeschelt. Das ist ungeschelt. Das ist ungeschelt. Ungeschelt! Es ist ungeschelt und das ist ungeschelt. Das ist ein bisschen. Wir sind eine Menge an siegültig. Wir haben sie ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und dann was auf dem Boden denkst du raus, was du hier solltest, oder? Ja, genau, genau. Ja, genau, genau.